Der frühere Verfassungsschutzpräsident Maaßen ist offenbar nicht dazu bereit, aus der CDU auszutreten. Er ließ am Mittag ein vom Parteipräsidium gesetztes Ultimatum für einen Austritt verstreichen. Damit rückt ein Ausschlussverfahren näher. Der Bundesvorstand will sich nun am 13. Februar mit dem Fall befassen. Die CDU-Führung wirft Maaßen vor, gegen Grundsätze der Partei zu verstoßen und inakzeptables Gedankengut zu verbreiten. 12 Uhr heute Mittag. Das Ultimatum ist verstrichen und Hans-Georg Maaßen ist nicht aus der CDU ausgetreten. Aus dem Konrad-Adenauer-Haus dazu heute kein Wort. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein sagt im ARD-Bericht aus Berlin, es sei jetzt an der Zeit, das Kapitel Maaßen zu beenden. Ich bedauere das sehr, dass Herr Maaßen nicht von selbst die Notbremse gezogen hat. Herr Maaßen hat in der Tat Dinge gesagt, die überhaupt nicht übereinpassen. Mit den Werten der CDU. Maaßen hatte von einer rot-grünen Rassenlehre gesprochen und vom Rassismus gegen einheimische Deutsche. Hans-Georg Maaßen sagte zuletzt, er habe sich nichts zu Schulden kommen lassen. Heute äußert er sich per Tweet vier Minuten vor Ablauf des Ultimatums. Schreibt von einer Schmutzkampagne und Gegenwind, der Auftrieb gäbe. Jetzt droht ihm ein langwieriges Parteiausschlussverfahren. Die rechtlichen Hürden sind hoch. Ein Mitglied muss laut Gesetz vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen Grundsätze oder Ordnung der Partei verstoßen und ihr damit schweren Schaden zufügen. Ob das so ist, müsste das Schiedsgericht der Partei entscheiden. Die staatlichen Gerichte können das anschließend noch überprüfen. Maaßen aus der CDU ausschließen nicht alle in der Parteispitze sind überzeugt. Der stellvertretende Parteichef Kretschmer ist in einem Podcast am Donnerstag zurückhaltend. Und ich finde, miteinander einen Diskurs zu führen und deutlich zu machen, das ist nicht die Meinung der Union, dafür steht sie nicht, ist viel wertvoller. Die CDU wird Hans-Georg Maaßen nicht so einfach los, auch nicht die Debatte, wie sie sich nach rechtsaußen abgrenzen will. Bis Donnerstag hat Maaßen nun Zeit, sich schriftlich zu erklären. Danach bespricht sich der Bundesvorstand erneut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017